Ladies and Gentlemen, am Ostersonntag, den 5. April, ist es wieder soweit. Der Rohkreuzball der Ortstelle St. Georgen im Attergau öffnet wieder seine Türen. Und heuer, größer denn je, mit einem 300 Quadratmeter großen Barzelt, einer riesigen Tombola, gratis Heimbringerdienst, der Rohkreuzball am Ostersonntag, 5. April, Attergau-Halle. Nähere Infos auf rk-attergau.at oder auf facebook.com rk-attergau. See you there!